Musik Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight Das letzte Mal haben wir ein wenig den Killer gespielt Wir haben einen Lügenkiller gespielt Und diesmal schwimmen wir aber wieder eine nette junge Dame In Survivor Gucken wir wie es da läuft Also ich muss sagen, Kinder spielen macht mir immer mehr und immer mehr Spaß Vor allem auch dann, wenn ich halt nicht kämpfe, wenn ich jemanden an den Haken gesetzt habe Also ich find's dann witziger rumzulaufen Ähm Und ich werd das weiterhin auch so machen Ja, die letzte Folge haben wir halt den letzten Überlebenden die Generatoren machen lassen Aber kommt, hey, ein bisschen Spaß muss auch sein Ja, wir sind leider wieder Level 16, weil Als ich das live gestreamt habe Ähm Keine Ahnung Leckt der auf einmal alles? Ach, was? Das war halt nicht so schön Ja, das war halt nicht so schön Ja, das war halt nicht so schön Ach ja, wir sind hier auch nur Kettensägen-Typ Ich war grad noch voll auf Tiller eingestellt Aber sind wir überlegen, ja Also ich glaub, das war die schnellste Runde, die ich je erlebt hab Ähm, wo gleichzeitig alle vier lagen Tatsache Das war knapp Holy crap So Es ist wieder leicht zu läppen. Ich verstehe das nicht, warum momentan so mit den Survivoren das das immer leckt. Ich verstehe das nicht. 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 Ich weiß jetzt nicht bei welchem Ausgang der ist. Ich verstehe das nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin so allein! Oh Gott! Ich bin so allein! Nee, ich bin so allein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin so allein! Ich bin so allein! Das war's. 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 das war. Das war's.